Praxisaufgabe Regelungstechnik Meisterkurs Giancarlo Teacher heute mit einer Aufgabe, die ihm einer seiner treuesten Follower geschickt hat, zum Thema Regelungstechnik. Und zwar, der Antriebsmotor eines Gebläses kann durch eine Spannung von minus 10 bis plus 10 Volt im Drehfrequenzbereich von minus 2000 bis plus 2000 Umdrehung pro Minute linear gesteuert werden. Ein Tachogenerator überwacht die Drehfrequenz und liefert eine Spannung von 5 Millivolt pro Umdrehung pro Minute. So weit, so gut. Die Regelung wird von einer programmierbaren Steuerung übernommen. Führungsgröße W und Proportionalwert KP des Reglers werden über eine Tastatur eingestellt, wie es nun mal so ab und zu läuft. Stell- und Rückführgröße Y und R kommen über analoge Ein- und Ausgänge mit einer Auflösung von 12 Bit. Jetzt ist unsere Aufgabe, der Proportionalwahlwert des Reglers ist auf KP gleich 4 eingestellt. Berechnen Sie den Sollwert W, der für eine Drehfrequenz von 1200 Umdrehungen pro Minute an der Steuerung eingegeben werden muss. Löst doch mal bitte diese Aufgabe. Drückt jetzt, genau jetzt auf Pause und kommentiert mal in den Kommentaren, was ihr raus habt und wie ihr drauf gekommen seid. Und die Lösung folgt jetzt. So, für alle Schlauen unter euch, das Ergebnis ist 1500 Umdrehungen pro Minute. Wie bin ich drauf gekommen? Wenn wir so eine Aufgabe haben, müssen wir ein paar Annahmen machen. Wir haben ja vorgegeben gehabt, dass wir 1200 Umdrehungen haben und ein KP. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass Y gleich R ist. Hier mal ganz vereinfacht dargestellt. Weil Y wird ja an die Regelstrecke weitergegeben, wird von der Messgröße aufgenommen, vom Messwertaufnehmer und dann als Rückführgröße zurückgegeben. Was ist denn Y im Prinzip? Y ist E mal KP. Das ist mein R. Ja, dementsprechend kann ich das Ganze auch so aufbröseln. Was ist jetzt E? E ist ja meine Regeldifferenz, gebildet aus W minus R. Ja, und dementsprechend habe ich jetzt schon mal zwei R's nebeneinander. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt, wenn ich hier eine 1200 habe. Und jetzt muss ich das Ganze nur noch nach W auslösen. Ja, dementsprechend teile ich durch den KP und habe dann nur noch W minus R. R durch KP. Okay, dann rechne ich plus R, damit ich das R auf die andere Seite hole und dann habe ich W, Führungsgröße, ist gleich Rückführgröße durch meinen Proportionalwert plus meine Rückführgröße. Und dadurch ergibt sich meine Führungsgröße ist gleich die 1200 Umdrehungen pro Minute durch mein KP von 4 plus eben meine 1200, die ich ja eben hier oben auf der Formel habe und dementsprechend komme ich dann auf 1500 Umdrehungen pro Minute. Das ist die Lösung bei so einer Aufgabe und jetzt habt ihr mal praktisch Regelungstechnik, wie sie euch beispielsweise im Meisterkurs vorkommen kann. Gut, ganz schön. Vielen Dank.